Schnauf mal ganz kurz leise ins Mikrofon. Oh mein Gott, ich hab ja gar nichts drauf. Das ist ja bodenlos schlecht. Hast du die neue Waffe schon getestet? Nein. Ich hab die gerade. Echt? Wie geht das? Zeig mal. Oha. Wie? Kann ich aufmachen, was ich will oder was? Hä, wie geil. Ist neu. Ey, ist geil, ist neu. Oh, ich hab die neuen Handschuhe. Also die neuen alten Handschuhe, oder? Ja, und? Ah ja. Oben auf Berg läuft einer bei dem Stein da. Weg. Weg, weiter weg. Hab den. Von Seite. Nice. Nice. Maschine, Junge. Joa, das war so gut von dir. Schaut mal, Chat, das ist hier so ein Ding. Das ist von Stranger Things, oder? Hier, schaut mal. Schaut mal, das könnte das sein von Stranger Things, oder? Was sagt ihr? Meine Konsole. Denn, oha, die kriegt erstmal eine Faust. Kann ich auch. Kann ich dir auch eine Faust geben, wenn wir schon dabei sind? Na los. Und los. Tjuu. Auf geht's. Ich hab'n Fass. Ein Fass, was? Wir sind allein. Auch, oder? Boah, ich hab Epic Chest und ein Fass. Ja, was für ein Fass. Ich hab' irgendeinen Fass dran. Ein Bierfass. Was denkst du denn? Bierfass. Da bin ich gleich dabei. Na ja, ich bin ja fett. Deswegen hab' ich auch einen Fass. Aber es reicht, wenn wir eins haben, eigentlich. Kann ich da, ne? Ich hab' doppelt Pump. Ich hab' schon gedacht, du hättest doppelt Fass. Nö, das hab' ich leider nicht. Wo schießt ihr? Keiner tot. Keine Ahnung, wer schießt. Boah! Hast du Stress? Äh, nee, ich hab' gerade nicht. Ich bin, ich bin da für euch. Bist ihr sympathisch? Ja, ey, sympathisch. Oha, oha, oha! Ich soll ich kommen? Ja, oh, oh, oh! Da ist er! Einer auf Seilbahn. Jojo, ich geh' zu denen, alles gut. Oh, das sind zwei. Einer Schildbruch. Der Lina ist low. Hab' ein. Okay, ihr habt keine Munition mehr. Ihr müsst das jetzt machen. Ich benutze meinen Fass. Nee, das war der Bot. Bro! Bist du beendet? Was redet ihr? Ey, mein Mikrofon quietscht! Wem seins? Wem seins? Dem seins! Ich hör's auch! Welchen? Weiß ich net, meinen Auren tun weh. Sitzt du grad im Zug und der bremst, oder wie sieht's aus? Also meins ist das Ding. Okay, ich vertrau' dir noch mal. Aber nur noch einmal. Auf jeden Fall. Vertrauensperson Nummer eins. Das ist, also ich glaub' das ist gelogen, wenn ich ehrlich bin. Sei mal ehrlich, das ist gelogen, oder? Was denn? Vertrauensperson. Ja, dachte mir. Nein. Alle Leute, die sagen, man kann denen vertrauen, die lügen. Nee, eigentlich schon. Oder? Was sagst du? Let's go. Weiß ich nicht. Gel, ist schon schwierig. Ich geh mal aufs Schiff. Deswegen vertrau' ich ja vielen, was nie an. Also. Genau, und deswegen. Und deswegen hab' ich gleich gar keine Freunde, weißt? Dem Level 33er brauchst du gar nicht vertrauen. Hä, was soll das jetzt? Du kannst mir alles erzählen. Ja. Weiß ich doch. Erzählt auch viel. Ich würd' alles direkt weitererzählen. Ja. Ich sag' wenigstens ehrlich, ich sag' wenigstens ehrlich, dass ich so bin. Weil ich würd' alles weitererzählen, dass ich vielleicht meine Freunde find. Oh, nicht schlecht. Nehme ich mir zu Herzen. Das ist eine gute Taktik. Ja. Ein sehr guter Ratschlaggeber. Ja, das hab' ich schon öfter gehört. Jeder kommt, das ist wie mit den Mädchen. Die kommen immer zu mir und wollen mit mir reden, aber am Ende... Oh, bei mir? ...am Endeffekt laufen die immer wieder weg. Ich mach' auch irgendwas falsch, glaub' ich. Ein dead. Haben wir auch einen dead? Ja, ihr macht es. Ich loot. Oh, oh. Ich glaub' ich bin tot. Ich wurde gesniped. Oh, wo? Ich wurde gesniped. Vom Berg wahrscheinlich. Hier. Ja, komm, rafft euch doch. Guck mal, wer hier kommt. Hier kommt deine Rettung. Ne, ich bin... ...glaube ich... ...ich bin dead. Na, dann komm zu mir, dann bist du es nicht. Na, schmerzt man hier rein. Au, Kusch, geh mal in... Hallo. Werde ich doch nicht, geh in den Busch. Hab' alle, hab' alle vier. Ey, du bist voll gut. Ich hab' die gut abgelenkt, weil die haben so lange auf mich gesniped, glaub' ich. Das ist gut. Da können wir... ...gut gewesen wär', wenn du dich nicht gewehrt hättest, ...zusch in den Busch zu gehen. Ich wollt unbedingt... Ich wollt unbedingt den Busch, aber dann... ...hab' ich Rückzieher gemacht, weisch? Lass doch mal ein Schwein! Was soll das? Wie findet ihr die neue Pistole? Welche Pistole? Die Pistole mit... ...mit Rotpunkt. Hä? Ach, hier. Die hier, die hier, schau. Ah, die? Cobra-Pistole. Wo ist sie? Ich hab' die noch nie gespielt. Cobra-DMR. Ja. Ich hab' die noch nie gespielt, deswegen. Wie findet ihr die? Ich find' die eigentlich. Boah. Ey! Wir einfach die Wacom-Cloud. Na? Ha? Kannst du mal aufhören damit? Ist voll eklig. Fliege. Fliegen kann er auch. Was hab' ich gemacht? Was? Was? Kann er auch nicht. Was? Ich weiß nicht, was er meint. Oh, ich aber nicht. Ich auch nicht. Oha! Du kommst aus Sachsen, oder? Ja. Da strömt! Da strömt ganze Familie! Die haben gerade Familien-Delfinausflug! Familien-Delfinausflug! Einer cracked! Einer low! Einen knock! Oh mein Gott! Von Laser meine Pistole! Vorne im Wasser! Ich seh' keinen! Ich seh' keinen! 26! Eine Quack! Hab' noch einen! Alle tot! Ich flieg' hin! Tschöne Lüge! Ey, Jesko, du bist ja voll gut, ey! Du triffst ja fast jeden zweiten Schuss! Hast du Cheats? Hast du Aim-Bot, oder so? Aber natürlich! Ich hab Warleg! Ich seh' alle durch die Wände! Wochenende! Wochenende! Hoch die Ende! Wochenende! Ey, war ein guter Rhyme! Bist du Rapper, oder so? Ich könnte rappen, aber... Aber... Also... Eigentlich wollte ich früher immer Rapper werden, aber... Da die immer so früh sterben, will ich das vielleicht Donald werden. Das glaub ich. Ja. Ey, das ist doch ne gute Runde mit 16 Kills. Ich hab... 13 Kills, John. Ich hab erst 3. Ich hab erst 8. Ich hab 4. Du brauchst jetzt eigentlich nicht angeben, weil ich hat keiner gefragt, wie viel Kills du hast. Warum? Ich bin da nicht hier. Keiner... Also, ich hab mich gefragt, wie viel Kills du hast. Wollt ihr mal erzählst du das? Wen meinst du? Habt ihr vielleicht gefragt, wie viel Kills du hast? Ja. Nö? Nö! Stimmt gar nichts. Ey, es macht echt Spaß, mit euch zu zocken. Nö, macht gar keinen Spaß. Glaub ich dir. Ihr redet mir zu viel. Das Einzige, was Spaß macht, ist das Wildschwein hier. Das hat nämlich Angst vor mir. Das versteht nämlich meinen Wert. Das Einzige, was mir Spaß macht, ist mit dem Jesko und mit dem Fett zu zocken. Ey, mein Wildschwein greift mich an. Nicht mal das mag mich. Bleib da stehen! Ich kann nicht drauf suchen. Ich weiß, das mag dich. Aha. Ne, es mag mich nicht. Es hat mich attackiert. Jetzt bleib halt da! Okay, was ist hier? Das ist... Oh, warte mal. Lass dich mal fighten. Das ist wie die Mädchen in meiner Klasse. Die greifen mich auch an, statt die mich einfach küssen. Einer White. Einer White, okay. Kein Dead. Ich seh die nicht. Ich komme. Der hat getanzt! Der hat getanzt! Oh mein Gott. Ach du Heilige. Ich seh keine Gegner. Ach du Heilige da oben! Hilfe! Oh mein Gott! Die sprayen komplett auf mich. Mit ner Sniper alles. Der greift mich rein an! Da oben. Ach du Heilige Scheiße. Wie soll man das überleben? Hilfe von jeder Seite! Es sind so viele Gegner! Wahrscheinlich Stream snipen die. Mann! Meine... Meine Maus ist ausgaben. Ja, die Stream snipen! Die Stream snipen! Wer sind das für Ehrenlose? Ach du Heilige Scheiße. Wie soll man das überleben? Kauft euch Freunde. Alter! Hallo! Das geht nicht. Das ist unfair. Flashy, du musst so sterben. Ich sag's jetzt schon. Hilfe, ne. Oh, ha, ha! Flashy, du triffst ja gar nichts! Ein Knock, ein Knock. Äh, aber... Ach, Digga, was ist das? Die sind hier drin, ja? Ja! Hol sie weg! Ich laufe an die Pests! Du schaffst das jetzt! Alle haben kämpfen und Jesko versteckt sich! Jesko, du Feigling, komm raus da! Ja, ich komm jetzt! Ich mach' den Krieg! Ich komm' hier! Versteck' dich doch nicht! Du Feigling! Jetzt komm' ich. Ja, okay, ich komm'! Mann! Nur wegen Jesko, weil der sich versteckt hat! Jetzt nehm' ich jeden auseinander, okay! Pett, du warst gut! Ja, wo ist der? Ich seh' den nicht! Rechts! Forti, ein Bosch! Der ist im Busch! Ein Bosch! Schön! Oh, noch ein Auto! Oh! Steigst halt ein! Wir sind ausgestiegen! Recht! Ich komm's nicht ansteigen! Nein! Nein! Alter, das geschieht ja ganz recht, wenn du uns so im Stich gelassen hast! Jungs, hau's rein! Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mann! Viel Spaß noch! Ciao, ciao! Gleichfalls, ciao! Wie viele Kills haben wir uns? Ja, hat Spaß gemacht! Zwölf! Ach, 20! Nice! Viel Spaß!